Es gibt Tage, da wäre man besser im Bett geblieben. Wir arbeiten heute zusammen auf Zug 1296. Denn früher oder später... Ein führerloser Zug auf unserem Gleis? ...fliegt einem alles um die Ohren. Ein Zug dieser Länge wird alles, aber auch alles, was ihm in den Weg kommt, zerstören. Wir werden dieses Biest stoppen. Denzel Washington, Chris Pine Unstoppable Sonntag, 20.15 Uhr ProSieben